hallo leute und herzlich willkommen zu einem mal etwas anderen pick up video und zwar gab es einen deal zwischen mir und metalflow und was ich mir da aussuchen durfte aus seiner grabbelkiste oder aus seiner ja wie sagt man tauschkiste das war schon der hammer und zwar hat er mir dieses paket zukommen lassen der gute metalflow und mit dem mann mache ich immer wieder die jetzt versprochen war auch vom preis her eine super geschichte muss man wirklich sagen und er ja aber alles weitere nach meinem intro ja wie gesagt ich blende euch mal da das logo von metalflow ein und es geht hauptsächlich um dieses richtig tolle päckchen hier von ihm was ich mir ausgesucht haben wir fangen einfach an ich würde sagen fangen einfach mal so wie ihr alle wisst hat ja metalflow selber in seinen videos darüber geschrieben ich habe hier eigentlich ihn angeschrieben gehabt weil ich sein portal und seine skylanders haben wollte wie ihr wisst sammeln das ganze menge davon dahinten stehen auch welche hier stehen auch noch so einige rum und ja ich hab dann das portal und die skylanders hier von ihm bekommen und bei der anfrage ist halt mehr rausgekommen wir haben uns richtig gut unterhalten und sind dann so auf unsere tauschkisten gekommen er hat sich die kleinigkeit ausgesucht ich habe mir eine riesen kleinigkeit ausgesucht und was ich mir ausgesucht habe dazu kommen wir jetzt und zwar als erstes einmal baffermades fluch 5 der sündenfall für die ps4 ja hatte ich schon mal geguckt und gesucht aber ich bin nie dazu gekommen mir dieses spiel mal wirklich zu kaufen und er hat es dann in seiner tauschkiste gehabt tadelloser zustand alles was er mir geschickt hat ist in einem tadellos geilen zustand muss man jetzt ehrlich sagen und so liebe ich das so mag ich das sammler an sammler finde ich immer eine coole geschichte ja und als nächstes konnte ich gar nicht glauben als ich das auf seinen bildern gesehen hatte weil ich hatte schon mal geguckt aber mir waren die preise immer zu heftig und eins ab jetzt habe ich schon mal die cd gezeigt nein es geht um disney magical mirror starring mickey maus für den gamecube er hat mir ein gamecube spiel vermacht wie geil ist das denn ich bin happy ich freue mich tierisch das wird auch demnächst mal angezockt so eine sache da stehe ich immer drauf gerade gamecube sachen die sammlung die wächst nicht so wie ich mir das vorstelle weil die titel sind echt mittlerweile richtig teuer geworden und das macht dann keinen spaß und noch eine sache die ich mir bei ihm ausgesucht habe es ist eine wunderkiste und richtig geile sache mit dabei und zwar ist das alles im wunderland für die wii auch super geschichte super zustand ich weiß also wirklich hammer zustand super sachen auch die anleitung und so eine richtig gute geschichte ich bin happy ich danke dir dafür alles im wunderland für die wii habe ich mir nur noch ausgesucht und auch das hammer zustand ja so weiter geht und zwar habe ich denn noch nicht von ihm jetzt muss ich mal ganz tief in die kiste greifen god of war remastered 3 auch eine schöne sache wollte ich auch immer haben weil jetzt wirklich super super die ganze geschichte ist nur geil ja wie gesagt god of war remastered für die ps4 ich will mal reingucken ich will mal sehen ob sich das wirklich auf der neuen konsole so gut macht oder ob das wirklich nur auf gehübscht ist ja god of war remastered wie ps4 god of war 3 die ps4 so als nächstes wieder eine richtig schöne geschichte ich habe es mir gewünscht auch hier die cd wieder todelloser zustand für die ps4 hotel transsilvanien das sind das sind so sachen wo ich sagen muss die findest du nicht einfach mal so im flohmarkt das sind so ein paar kleine super kleine geschichten wo ich gesagt habe muss ich auch haben ich habe immer weiter geguckt in seinen bildern und ich konnte gar nicht aufhören dann noch eine sache die sehr gut fand war diese mega drive ultimate collection für die ps3 ich sammle ja ps3 die hat mir noch gefehlt und ich will diese spiele mal durch zocken ich bin jetzt nicht der große sega sammler oder sowas aber die spiele kenne ich aus meiner kindheit kann man fast gar nicht mehr sagen das ist ja schon ich war ja schon jugendlicher zu der zeit oder besser gesagt schon über dem jugendlichen alter hinaus sega spiele jede menge auf dieser cd ich weiß gar nicht wie viel sind denn da drauf steht jetzt so gar nicht drauf aber ist egal gucken wir rein das ist so ein bisschen was für zwischendurch mal ein bisschen zocken sehr schöne geschichte mega drive ultimate collection für die ps3 also jetzt muss ich mich outen und zwar ich bin irgendwie irgendwo ein kleiner aber ich habe die aber die da habe ich immer gerne gehört und alles so was uns als auf seinen bildern auf einmal singste aber dachte ich mir wo ja willst du haben willst du haben singste aber ich glaube meine frau bringt mich um aber das spielen wir demnächst mal das wird reingehauen und dann hören wir aber wieder und ich werde das zu singen mit meiner engelsgleichen stimmen nämlich ja gut aber ps3 super geschichte so das war jetzt mal das was ich mir ausgesucht hatte dann hat er mir noch reingelegt einmal soccer 98 super star 98 von konami für die nintendo 64 wieder ein spiel in meiner sammlung was ich noch nicht ab und soccer habe ich schon aber das noch nicht schöne geschichte die sammlung für die n64 muss auch mehr werden da habe ich nicht so viel und hat er mir reingelegt verlauben danke dir hammer finde ich richtig cool hätte ich mir jetzt nicht ausgesucht weil es halt aber ist eine schöne geschichte ist da so was ich noch ganz cool fand da hat er mir doch tatsächlich cds das logo was wir unten eingeblendet seht habe ich hier noch mal als aufkleber hat mir noch zwei von seinen aufklebern reingepackt die er immerhin seine intros packt und dann habe ich hier einmal eine demo disk für die playstation 2 super geschichte finde ich toll habe ich schon zwei und dann einmal reingepackt für die playstation 2 auch so eine demo variante da sind noch so einige andere sachen drauf coole geschichte kommt in so eine dvd hülle nicht bleibt nicht in dieser hülle und wird mit ehren behandelt vielen vielen dank so und als letztes kam in dieser kiste noch vor ich habe also eine blaue packung horizon 2 forbidden west dachte ich mir okay ja was ist das das wird nicht das spiel sein das glaube ich nicht aber es sind ein paar kleinigkeiten es ist einmal ein pin von horizon forbidden west und es sind so karten von horizon forbidden west ich bin ja so ein kleiner ich mag horizon zero dawn muss ich ganz ehrlich sagen forbidden west habe ich noch nicht gespielt muss noch gespielt werden aber es ist eine schöne idee ich danke dir auch dafür geht auch in ehren kommt in die vitrine und äh ja das sind also so meine geschichten die ich von dem guten metal flow bekommen habe äh portal und skylights sind auch noch mit dabei äh was ich bezahlt habe es war ein hammer preis ich habe jetzt für diesen ganzen stuff hier plus die skylights und alles sowas habe ich 65 euro bezahlt das ist okay kann man mal machen es sind wirklich gute titel mit dabei also ich habe selber auch mal durchgeguckt bei ebay wir wären da auch viel viel höhere preise gekommen und er wollte die auch mit auf die messe nehmen und hatte schon preise dran die auch höher waren also nochmal danke dafür dass du mir so guten preis gemacht hast und ja das war's von diesem pick-up video hat mich begeistert fand ich toll und wir wir sehen uns beim nächsten mal bis dann die leute ciao ciao ciao